Hoi. Hallo. Wo ist dahin gerannt, der Spinner? Auf links. In meine Richtung. Alter, da hängt er oben auf der Scheune. Ja. Ich bin tot. Ich sehe es. Oh, ich dachte, Jäger, Alter. Oh, ich hätte so schrecklich recht, Alter. Ich dachte, da ist ein Jäger unter der Brücke. Ui. Hallo. Wen haben wir denn da? Oh, er läuft. Scheiße. Mist. Jetzt kommt da am Zaun nach links, ne? Mhm. Vorsicht da oben. Mhm. Mhm. OK. Ich stege gleich hinter mir, oder? Ja, warte, ich bin auch noch im Wasser. Ich muss noch schleiken, nicht nur im Vögel. Da ist der Schmutz. Scheiße, Mann. Scheiß Holz, Alter, man sieht nichts. Das ist schon weg. Scheiße. Vergessen du ihn. Ah, ich warte. Wo ist da hin gerannt, der Spinner? Links, in meine Richtung. Da, die Zaun entlang. Ist er dann rein oder weiter in den Wald? Scheiße. Gut. 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 Let's do it below. Das war's. Ich hab's mir doch fast gedacht. Ja, ich musste zweimal heilen. Der ist über uns. Ja. Er schmeißt was raus. Scheiße. Scheiß Köter. Du bist drin oder? Ja, ich bin draußen. Gut, ja. Ich glaub hier oben geht die Durchgang im Auge. Ja. 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 Es ist ja drüben in einer kleinen Hütter wieder drinnen. Oh scheiße, du bist blond. Nein, du musst wieder graben. Verwischt. Naja, aber das Vieh, nicht den. Scheiße, die Sonne blendet mich. Ich bin tot. Ich sehe es. Es ist Sparks, pass auf. Siehst du ihn irgendwo? Ja. Ich habe mich wahrscheinlich von innen vom Top rum erschossen. Nach innen. Von wo hat er jetzt geschossen? Das habe ich nicht gesehen, von wo. Böse! Herr Mui! Hey! So. Der Penner, der Elender. So. So, komm hoch meine. Danke schön. Bitte. Ich bin da. Ich bin da nicht drin. Mhm. Du kannst ihm auch irgendwas abnehmen. Die Pistole oder Knarre oder das Gewehr oder so. So, mal gucken. Ah, das ist eine Munitionskiste. Hier ist noch Medipack. Ach nee, das hast du da vorne glaube ich schon benutzt. Ja. Ach, das habe ich schon benutzt. War drinnen noch irgendwo eine Munitionskiste? Die ist zu. Wo war das Medipack? Bist dran vorbei dran. Alter, hier. So. Da steht's. Da steht's. Ach mal so. 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 Gehen wir gleich mal nach oben, oder? Ja. Das hört sich sehr gut an. Musst du, Muni war immer drin, oder? Ja. Munition. Ich habe volles Magazin und zwei in Reserve. Mal gucken, ob man noch eine Kiste findet. Das wäre schon nicht schlecht. Das war schon mal. Hey, jetzt brauche ich wieder mit die Kiste. Echt? Ja. Was machst denn du, Carol? Ich weiß nicht, ganz. Gut vor. Nein. Hier ist keine Munition. Kommt an. Ja, das ist extrem vorbei dort. Okay. Dann gehen wir halt... Was? Achso, zum schließen. Ja, gehen wir hoch. Was? Ja, gehen wir hoch. Ja. Gut.